Musik Frohe Ostern! Frohe Ostern! Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Amen! Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Johannes Chang. Ich bin fast 30 Jahre alt. Ich habe eine wunderschöne Frau, Maria Chang. Ich bin Bibellehrer bei UBF und arbeite als Arzt an der Uniklinik Bonn. Die Botschaft trägt den Titel Jesu Auferstehung und Weltmissionsbefehl. Matthäus 28, 1 bis 20, Leitvers, ist der Vers 6. Können wir diesen Vers bitte gemeinsam lesen? Bitte? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Städte, wo er gelegen hat. Ich möchte kurz beten. Lieber lebendiger und heiliger Vater, danke, dass du uns diesen herrlichen Ostersonntag schenkst. Danke, dass du uns heute die Auferstehung Jesu als eine geschichtliche Tatsache und auch den Weltmissionsbefehl Jesu lehrst. Ja, in dieser Stunde möchten wir den praktischen Glauben an die Auferstehung kennenlernen. Mache dazu unsere Herzen und unseren Geist bereit, um dein Wort zu empfangen. Schenke uns wahre Osterfreude. Ich danke dir und bete im Namen Jesu Christi. Amen. Wenn wir den Anfang des Matthäusevangeliums betrachten, dann sehen wir, dass das Evangelium mit der Menschwerdung Jesu beginnt und damit endet, dass Jesus seinen Jüngern den Weltmissionsauftrag gibt und sie in die Welt aussendet. Gott begann selbst das Evangeliumswerk in dieser verfluchten Welt, indem er in Menschengestalt auf diese Erde kam. Die Auferstehung Jesu in der Geschichte der Menschen und auch die Beauftragung und Sendung der Jünger zu allen Völkern war der Beginn einer neuen Epoche für das Heizwerk Gottes. Im heutigen Text erfahren wir Jesu Auferstehung als eine geschichtliche Tatsache und Jesu Weltmissionsauftrag. Machet zu Jüngern alle Völker. Gott möge uns helfen, den Auferstehungsglauben zu erneuern und gemäß Jesu Weltmissionsauftrag ein gesegnetes und siegreiches Leben zu führen. Teil 1 Das Werk des Himmels, das im Grab geschah. Verse 1 bis 4 Der letzte Teil des Matthäusevangeliums unterscheidet sich vom Ende der anderen Evangelien dadurch durch den Bericht über eine systematische Verhinderung der Auferstehung Jesu durch die Welt. Der Satan setzte alles ein, das Licht des Evangeliums und das Licht der Auferstehung auszulöschen. Die religiösen Führer ließen die Tür des Grabes versiegeln aus Furcht, dass Jesus doch von den Toten auferstehen würde. Aber ihr listiger Plan ging nicht auf. Sehen wir uns dazu die Verse 1 bis 3 an und lesen sie gemeinsam. Bitte Als der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Dankeschön. Hier bedeutet der Ausdruck wie der Blitz, dass der Engel eine glorreiche und herrliche Gestalt hatte. Der Ausdruck weiß wie Schnee beschreibt die Heiligkeit und Reinheit des Engels. Der Engel kam zum Grab Jesu und wälzte den Stein vor Jesu Grab auf die Seite und setzte sich darauf. Der Stein steht für die Kraft der Welt, die Jesu Auferstehung zu verhindern, suchte. Aber dieser Stein wurde weggewälzt und der Engel setzte sich auf den Stein. Dies steht für den Sieg Jesu über die Macht des Todes. Der auferstandene Jesus zerbrach die Macht des Todes, die wie ein Tyrann die Seele der Menschen zur Tode quälte. Grabstätten sind normalerweise ein Ort der Stille, der Trauer und der Schwermut. Aber als die Kraft des Himmels herabkam, bewegte sich das Grab Jesu sehr heftig. So hat der allmächtige Schöpfer Gott mit seiner Allmacht den gekreuzigten Toten Jesus wieder lebendig gemacht. Sehen wir uns Vers 4 an. Herr Alexander, dürfte ich dich bitten, diesen Vers kurz vorzulesen? Die Wachen sollten die Auferstehung Jesu verhindern. Aber als der Engel des Herrn kam, wurden sie, als wären sie tot. Niemand und keine Kraft oder Macht der Welt kann die Auferstehung Jesu verhindern, weil die Auferstehung Jesu die stärkste Macht Gottes ist. Teil 2, die Botschaft des Engels, Verse 5 bis 8. Welche frohe Botschaft verkündigte der Engel den Frauen? Sehen wir dazu die Verse 5 und 6 an. Lesen wir diese Verse gemeinsam mit der Stimme, wie der Engel das zu den Frauen gesprochen hat. Stellt euch vor, wie der Engel das zu denen gesprochen hat. Bitte. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Städte, wo er gelegen hat. Danke. Als die Frauen erfuhren, was am Grab Jesu geschah, wurden sie sehr furchtsam. Der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Der Engel kannte die Herzensschmerzen der Frauen und ihre treue Liebe zu Jesus. Sie mussten immer wieder an Jesus denken, der am Kreuz elend und grausam getötet wurde. Und das schmerzhafte Bild fesselte ihre Herzen und ihren Geist. Normalerweise möchte man keine Toten sehen. Aber die Gestalt Jesu, die die Frauen gesehen hatten, war wirklich eine elende Gestalt, die wegen dem Peitschenheben völlig zerschunden und entstellt war. Vom Kopf bis zu den Füßen wurde Jesus geschlagen, gegeißelt und von Dornen durchbohrt. Aber diese Frauen liebten Jesus über seinen Tod hinaus. Wegen ihrer Liebe konnten sie die elende Gestalt Jesus nicht aus ihrem Gedächtnis löschen, auch wenn sie schrecklich aussah. Die Herzen der Frauen waren voller Gräuel, Verlustgefühl und Traurigkeit, dass sie ihren geliebten Herrn Jesus verloren hatten. Sie gerieten in tiefe Verzweiflung vor der Macht des Todes. Der Engel kannte ihre Herzen und verkündete ihnen, aber die frohste Botschaft, er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Städte, wo er gelegen hat. Wir möchten das nochmal zusammensprechen. Aber er ist nicht hier. Bitte. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Städte, wo er gelegen hat. Er ist auferstanden. Das ist die Siegeserklärung über die Macht des Todes. Seit dem Sündenfall Adams wurden alle Menschen zu sterblichen Wesen. Du bist Erde und sollst zu Erde werden, ist Gottes Urteil über die Menschen, die gesündigt haben. Dies ist das traurigste, fatale Urteil Gottes über die Menschen, die Gottes Gebote übertreten haben. Jesus kam in die Welt, um diese versündigten Menschen zu erretten und wurde ans Kreuz genagelt. Aber er besiegte nach drei Tagen durch seine Auferstehung die Macht des Todes. Er ist auferstanden, ist die frohste Nachricht für die Menschen, die wegen der Sünde sterben und wieder zur Erde werden mussten. Die Nachricht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, löste das Traurigkeitsproblem der Frauen und ihren Groll ein für allemal und gab ihnen, die wegen der Macht des Todes in Verzweiflung gerieten, neue Kraft, neue Hoffnung und neue Zuversicht. Warum erwecken verheißungsvolle junge Leute ihre Gabe nicht, sondern setzen ihre Kraft und Leidenschaft oft für das Sündigen ein? Der Grund ist, dass sie in der Begrenztheit leben, die die Macht des Todes ihnen aufzwängt. Sie leben unter der Macht des Todes, aber wenn sie die Botschaft hören, dass Jesus die Macht des Todes besiegt hat und von den Toten auferstanden ist, können sie aufstehen und eine dynamische, neue Zukunft haben. Es gibt viele Beweise, dass Jesus auferstanden ist. Jesus kündigte seinen Jüngern seinen Kreuzestod und seine Auferstehung mehrfach an. Das sicherste Zeugnis dafür, dass wir an Jesu Auferstehung glauben können, ist Gottes Wort in der Bibel. Jesus lehrte seine Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren, anhand der Psalmen und allen Propheten seine Auferstehung. Er bezeugte seine Auferstehung auch durch das ganze Alte Testament hindurch. Da wurden ihre Herzen heiß und sie wurden von der Auferstehung Jesu überzeugt und kamen zurück nach Jerusalem. Die Auferstehung wird in der gesamten Bibel, im Alten Testament und auch im Neuen Testament, bezeugt. Und der Engel zeigte das leere Grab als Beweis der Auferstehung Jesu. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Städte, wo er gelegen hat. Das Christentum ist ein Werk der Auferstehung, die auf dem leeren Grab aufgerichtet ist. Das Christentum ist ein Werk des Lebens und der Hoffnung. Warum? Wurde zuerst den Frauen die Botschaft der Auferstehung Jesu verkündigt. Diese Frauen waren, als Jesus gekreuzigt wurde, bis zum Ende unter seinem Kreuz. Sie kamen, als der Sabbat vorüber war, wieder zu seinem Grab, auch wenn Jesus begraben wurde. Die Macht des Todes konnte ihre Liebe zu Jesus nicht stoppen und ihre Liebe ging über den Tod Jesu hinaus. Sie waren wirklich treue Nachfolger Jesu. Es ist darum nachvollziehbar und sogar selbstverständlich, dass zuerst diesen Frauen die Botschaft der Auferstehung verkündigt werden sollte. Sie waren Frauen, die ohne Jesus nicht leben konnten und die Botschaft der Auferstehung kam darum zuallererst zu ihnen. Die Botschaft der Auferstehung kommt immer zu den Menschen, am lebendigsten, die Jesus vom Herzen lieben und mit ihm leben und mit ihm sterben wollen. Die Auferstehungsbotschaft bewegt ihre Herzen, erquickt ihren Geist und füllt ihr Leben mit neuer Kraft und mit neuer Vision. Ab und zu sehen wir einige, die alles, was ihr Leben ausmacht, riskiert haben, um Jesus zu lieben und ihm nachzufolgen, dabei aber verzweifelt und bitter geworden sind. Wir sehen auch einige Menschen, die ihre Kraft und Leidenschaft für das Werk Gottes eingesetzt haben, aber nun in einer schwierigen Sackgasse gelandet sind. Aber die Botschaft der Auferstehung Jesu wird ihnen als stärkste Macht und Gewalt erscheinen und ihr Leben erneuern wie ein großes Erdbeben. Wir brauchen nicht zu verzagen, wenn auch wir in der Nachfolge Jesu in eine schwierige und ausweglose Lage geraten sind. Wir sollen die Botschaft der Auferstehung Jesu persönlich hören. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Amen. Denen, die selbstsüchtig leben und sich den ganzen Tag mit ihren eigenen Angelegenheiten und irdischen Dingen beschäftigen, wird die Botschaft der Auferstehung wie ein Schlaflied vorkommen oder vielleicht sogar ein Anstoß des Ärgernisses sein. Aber zu denen, die Jesus lieben und mit ihm sterben und leben wollen, kommt die Botschaft der Auferstehung immer sehr wirkungsvoll. Die Botschaft der Auferstehung wird für sie eine dynamische Kraft sein, die ihr Leben um 180 Grad erneuert. Wir sind bei Vers 7 angekommen. Ich würde gerne alle Jugendlichen bitten, diesen Vers zu lesen. Elf Jahre und aufwärts. Bitte. Bitte. Danke. Der Engel sagte den Frauen, dass sie eilend zu den Jüngern gehen und ihnen die Botschaft der Auferstehung verkündigen sollten. Für die Jünger war die Nachricht der Auferstehung absolut notwendig. Wir sollen auch die Botschaft der Auferstehung eilends den ungläubigen Menschen verkünden, die wegen der Lüge des Satans im Schatten des Todes so beschäftigt und an die irdischen Dinge geklebt sind. Sehen wir uns nun Vers 8 an. Lesen wir den Vers wieder zusammen. Bitte. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es den Jüngern zu verkündigen. Als sie die Nachricht der Auferstehung Jesu hörten, wurden die Frauen mit Freude und Furcht erfüllt. Als sie zum Grab kamen, waren ihre Herzen so verzweifelt und traurig und ihre Schritte so schwer, dass sie nicht einmal richtig gehen konnten. Nun waren ihre Herzen aber voller Freude, ihre Hände und Füße voller Kraft und ihre Bewegung voller Geschwindigkeit und Eleganz. Sie wurden zu neuen Kreaturen verändert. Wenn ein Mensch die Botschaft der Auferstehung Jesu aufnimmt, wird er zu einer neuen Kreatur. Amen. Teil 3 Die Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus Verse 9 und 10 Als die Frauen gemäß der Anweisung des Engels zu den Jüngern liefen, erschien der Auferstandene Jesus ihnen ganz persönlich auf dem Weg. Sehen wir uns dazu Vers 9 an. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Als der Auferstandene Jesus den Frauen begegnete, gab er ihnen wahre Freunde. Dem Auferstandenen Jesus zu begegnen, ist der größte Segen Gottes für das Leben eines Menschen. Den Auferstandenen Jesus zu sehen, war die Qualifikation dafür, ein Apostel Jesu Christi zu sein. Wie konnten die Frau und diesen Segen empfangen, dem Auferstandenen Jesus zu begegnen? Weil sie die Nachricht der Auferstehung Jesu aufnahmen und durch den Gehorsam des Glaubens liefen, um die Nachricht der Auferstehung zu verkünden. Unser Auferstandene Herr sieht auch heute die Boten des Evangeliums, die an die Nachricht der Auferstehung Jesu glauben und laufen, um die Botschaft der Auferstehung Jesu zu verkündigen und zeigt ihnen seine glorreiche Auferstehungsgestalt. Er erfüllt sie mit großer Freude und Zuversicht, dass sie als Zeugen der Auferstehung Jesu leben können. Hütte Peter und Hütte Joachim Dietzel sind gute Beispiele dafür. Durch diese persönliche Begegnung mit Jesus erreicht unsere Beziehung auch mit Jesus eine neue Dimension, eine geistliche Dimension. Sehen wir uns Vers 10 noch einmal an. Jesus nannte seine Brüder meine Brüder. Warum? Weil Jesus durch seinen Kreuzestod und seine Auferstehung unsere zerbrochene Beziehung zu Gott wiederhergestellt hat. Nun dürfen wir Gott aber lieber Vater nennen. Weil wir durch Jesus mit Gott eine Vater-Kind-Beziehung haben, ist Jesus unser erster Bruder und wir sind seine Brüder und Schwestern geworden. Lob und Preis sei Jesus, der von den Toten auferstand und uns zu den Kindern Gottes gemacht hat und unser Bruder geworden ist. Teil 4 Die Feinde, die den Auferstehungsglauben verhindern. Die Verse 11 bis 15 berichten über diejenigen, die versuchten, die Auferstehung Jesu zu verhindern. Diese Verse berichten über das Werk des Teufels. Als die Frauen eilends liefen, um die Auferstehung Jesu zu verkündigen, kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den Hohenpriestern alles, was geschehen war. Die Hohenpriester sollten mit Buße die Nachricht der Auferstehung Jesu annehmen, weil sie eine klare Tatsache ist. Aber sie bestachen jedoch die Wachen mit viel Geld und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Sie bereiteten ein Komplott vor und ließen die Soldaten Lügen verbreiten, dass die Jünger Jesu in der Nacht den Leichnam Jesu gestohlen hätten. So hat sich die Lüge, dass der Leichnam Jesu von seinen Jüngern gestohlen wurde, bis heute gehalten. Das ist das Werk des Satans. Wenn wir die Kirchengeschichte betrachten, sehen wir Menschen, die danach trachteten, Gottes Werk unbedingt zu verdrehen und zu verbergen. Beim jüngsten Gericht werden sie Gottes ernsthaftes Gericht erfahren. Teil 5 und letzter Teil der Weltmissionsbefehl Vers 16 bis 20 Gemäß der Verkündigung der Frauen gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Dort begegneten sie Jesus. Galiläa war der Ort, an dem die Jünger mit Jesus gewesen waren. Überall fanden sie Spuren der Liebe Jesu. Der auferstandene Jesus offenbarte sich hier als der auferstandene Christus, der seine Jünger vor und auch nach seiner Auferstehung unveränderlich liebte. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Sie erhöhten Jesus als Gottes Sohn und König aller Könige. Die elf Jünger entschieden sich, Jesus als Gottes Sohn und Messias zu achten und ihm von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all ihren Kräften zu dienen. Einige aber zweifelten. Damals und zu jeder Zeit gibt es immer einige, die zweifeln, auch wenn sie mit ihren eigenen Augen sehen. Die Auferstehung Jesu ist nichts, woran man glauben kann, wenn man sie mit den Augen sieht. Die, die nicht sehen und doch glauben, sind diejenigen, die seligen Glauben haben. Amen. Jesus gab seinen Jüngern nun eine große Mission und diese Mission wird der Weltmissionsbefehl genannt. Dies ist Jesu testamentarischer Befehl. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit und Macht wiederkommt und das Leben der Menschen bewertet, wird ein Kriterium sein, wie sehr wir diesem Befehl gehorcht haben. Lesen wir zusammen die Verse 18 bis 20. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an Welt Ende. Dankeschön. Ich würde gerne, dass Daniel und Esra und Sarah Team bitten, einmal auswendig den Weltmissionsbefehl Jesu mit lauter Stimme auswendig zu sprechen, indem ihr daran glaubt. Bitte. Nochmal, nochmal. Und Jesus trat herzu, so fängt das an, bitte. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihm, wie es gegeben hat im Himmel und auch herren. Darum geht es dem und macht es zu dem alle . Erden dass Jesus alle Gewalt im Himmel und auf Erden tatsächlich hat. Hier bedeutet alle Gewalt im Himmel und auf Erden die Gewalt über das Universum, über das sichtbare und unsichtbare, über das Materielle und über das Geistliche. Jesus ist der Kommandeur des Universums, der die absolute Gewalt hat. Warum war die Tatsache, dass Jesus Gewalt im Himmel und auf Erden hat Tatsache gab ihnen Vision und Zuversicht, ihre Mission mutig zu erfüllen. Zweitens, diese Tatsache half ihnen, ihre Mission mit der absoluten Haltung zu erfüllen. Weil der Kommandeur des Universums Jesus ihnen diesen Befehl anvertraut hatte, blieben sie nicht von ihrem Gefühl oder ihrer Lage oder von ihren Bedingungen abhängig, sondern erfüllten den Auftrag Jesu mit Furcht und Zittern bis zum Ende. Was ist diese Mission, die Jesus seinen Jüngern gegeben hatte? Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Lesen wir das nochmal zusammen. Darum geht hin bis befohlen habe. Bitte. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Danke. Jesus befahl seinen Jüngern alle Völker zu Jüngern zu machen. Jünger werden nicht geboren, sondern gemacht. Weil Jünger gemacht werden, sind Schweiß, Tränen und Mühe absolut notwendig. Wie ein Künstler mit all seiner Kraft und Seele ein Kunstwerk schafft, ist es notwendig, dafür alles, was unser Leben ausmacht, einzusetzen und hinzugeben. Taufe bedeutet, über die Sünden Buße zu tun und durch den Glauben an das Evangelium zu einer neuen Kreatur wiedergeboren zu werden. Ohne wiedergeboren zu werden, kann keiner ein jünger Jesu werden, geschweige denn, Gottes Kind zu sein. Es gibt nicht wenige, die als Knechte des Bösen leben, auch wenn sie lange in einer Gemeinde tätig sind. Wir sollen unsere Hoffnungsträger und Kinder lehren, alles, was sie durch das Bibelstudium gelernt haben, zu halten. Wiedergeboren zu sein, ist nicht das Ende des neuen Lebens. Wiedergeboren zu werden, ist erst der Anfang. Wenn wir unsere Hoffnungsträger und Kinder nur Gottes Wort lehren und ihnen nicht helfen, Gottes Wort praktisch zu gehorchen, werden sie zu Gläubigen, die nur einen großen Kopf haben und viele schädliche Worte reden. Was versprach Jesus seinen Jüngern, die von ganzem Herzen Jesu Weltmissionswerk dienen? Vers 20b Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Jesus versprach alle Tage bis an der Welt Ende bei ihnen zu sein. Das bedeutet absoluten Schutz. Gott versprach seinen Jüngern absoluten Schutz. Bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt und uns auferweckt, möchte er uns mit seiner Hand schützen. Im Missionsfeld gibt es verschiedene Gefahren. Aber weil Jesus es uns versprochen hat, ist unser Missionsleben das sicherste Leben. Amen. Gott möge jeden von euch in diesem Frühling segnen, den Auferstehungsglauben anzuziehen und als Hauptperson für die geistige Widerweckung in Deutschland und Europa kostbar gebraucht zu werden. Amen. Ich möchte kurz beten. Lieber lebendiger und heiliger Vater, danke, dass du uns durch dein Wort ermutigt und ermahnt hast. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Danke, dass wir im Glauben an dein Verheißungswort den praktischen Auferstehungsglauben haben dürfen. Danke, dass wir deinen Weltmissionsbefehl auch praktisch ausführen und in alle Welt gehen können, um dein Wort zu verkünden. Erfülle uns mit Visionen, Zuversicht und mit der Taufe des Heiligen Geistes. Danke, dass du uns nun zu diesem Ostergottesdienst zusammengeführt hast. Schenke uns durch die Osterfeier auch große Freude. Ich danke dir für diese Stunde und bete im Namen Jesu Christi. Amen.